. 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 So, und dann sind wir wieder da nach der Pause. Wir müssen das selber machen. Es hat keinen Sinn hier in den Fälbern. Wir fahren überall rein. Und da war ein Spitzersbroheim. Da konnte ich rüberfahren. Immer noch ein bisschen heiser, Mensch. Das war jetzt auch nicht so lobe, die Meeren hier, aber... Warte mal, wir machen erstmal das Ding. Ich bin hier Monk. Es muss einigermaßen vernünftig ausgehen. Warte mal, wir machen erstmal das Ding. Ich bin hier Monk. Wirimmen an den Kanten zu entfernen. So. Vorne die Kante muss ich auch noch machen. 11.38 Uhr, noch nichts geschafft wegen dieser Brotel hier. Ich weiß, ich habe den Flug wahrscheinlich jetzt falsch eingeschlagen, aber das ist mir einen Moment lang jetzt mal egal. Ich weiß, ich habe den Flughafen, aber ich habe den Flughafen, aber ich habe den Flughafen, ich habe den Flughafen, den Flughafen, einen deutschen Flughafen haben, aber ich habe den Flughafen, den Flughafen, auch einen Flughafen zuけ. So, was kommt hier jetzt bei raus? Ich meine, ich sitze ja nun daneben. Aber auch nicht. Es gibt keine vernünftigen Leute mehr, Mensch. Es wird hier bald ein Flügewettbewerb. Wer will, kann mal eine Bahn flügen und wenn es am schönsten macht, deckt ein Lolli. Das ist mein Ding. Jetzt haben wir Stuhl gefallen. Holzer. Ja. Ja, der Maschin nimmt ja. Moin. Ja, Moin. Nun, ich habe dein LKW raufgefahren, der steht vor der Halle. Ja. Schlüssel ist auf dem linken Vorderrhein, auf dem Radkasten runter. Auch schön. Da kannst du jederzeit mit losfahren und festen. Ja, in dem Moment, wenn ich diese Helferleine hier mal alleine lassen kann, die kriegen ja nichts hin. Kannst du gerne machen. Wie gesagt, hast du ja einen Tag den ganzen Test. Ja, das werde ich mal machen. Alles klar. Mehr wollte ich gar nicht. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. So, dann holen wir den mal. Und dann, pass auf. Dann werde ich den Feldfinder draufhängen. Ich glaube, der kann Oliven laden. Oder Sonnenblumen. Oder Raps. Wir holen Sonnenblumen. Und dann... Und dann... Ja. Und dann... Und dann... werden wir den mal unter Last testen. Das ist ne wunderbare Idee. Das hier nervt mich gerade. Aber... Entschuldigung. Das hier passt nicht. So. Junge, der fährt wie ein Beklopper, ey, ganz ehrlich. Mercedes-Benz, Lithium-Ionen-Batterien, wow, mal gucken, das ist ja erstmal imposant hier. Schön, Kameras. Da hängen wir dann mal den Feldbinder dran, das machen wir. Die Lenkung könnte ein bisschen straffer sein, aber der läuft gut. Die Bremsen sind so ein bisschen neuer. Es gibt ne 6, neuch. Fahren wir mal rein. Wenn man den daft behalten wird, trotzdem so ist das nicht. Es ist natürlich schon leihesau mit so nem Elektromobil. Sollen wir mal rein. Na, jetzt stehen wir aber daneben. So, jetzt musst du mal gucken. Ähm, ach so. Jetzt zischt irgendwas, aber es passiert nichts. Okay, X ist Lifter, hat das er senkt. Und wem denn? Aha. Gut. Wir testen mal. Einmal ne Runde fahren hier. Gucken wie der mit Trailer fährt. So. 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 Hm. Mal testen das ganze Ding, da kommt der Dolly, er fährt wie eine besenkte Sau, ganz ehrlich. Da fällt mir grad was ein, warte mal, wenn ich alles im Kopf hat, ne? So, ähm, ein paar Zornzeige an, ist klar. Ah, hm, wo kommt, Spielernamen, so, ich hab ja mein System komplett. Neu aufsetzen müssen, und deswegen ist das so ein bisschen... Soll ich den Dolly mal ärgern, ich weiß wie man die Tore kurz schließt. So. Ich glaub ich fahr mal zum Landhandel und werde gucken, ob die Sonnenblumenkerne haben. Du musst ja auch aufpassen, dass nicht ein Dolly um die Ecke kommt. Ich glaub ich sind Papageien entflohen oder so. Upsala. Ach, siehste, ich sollte ja, genau, ich sollte ja für den Dolly Sonnenblumen ernten. So. Hier wieder das Übliche, ne? Er stellt es mitten in den Weg. So. Der ist nicht da. Hm. Naja. Die Kirche tönt auch immer ganz lieber. Wo hab ich den? Ah, schon interessant. Mittagsportesdienst. Ich werde ihn oder auch nicht Ich überlege nur, wo ich rein Ach so, die Mauer da vorne Ein bisschen komisch, das Fahrgeräusch Das war nicht mehr Ich sehee Ich sehee Was ist im Weg? So Der flügt ja noch, wie kann das denn sein? Dann machen wir jetzt das Silageballen, das liegt gerade wo wir die reinschmeißen müssen, aber es ist okay, ich weiß. Auch ein Hof, der sich gewaschen hat hier, so, da ist er, die Gute, er hat die Folie ausgetauscht, gegen Pinkfarben. So. Jetzt müssen wir einmal ganz hinten rum. Ich fahre mal hier durch. Ich fahre mal hier. Ich fahre mal hier. Ich fahre mal hier. Ich fahre mal hier. Schön, dass man die noch reinfassieren kann, wenn sie ausgeklappt ist. So. Jetzt brauchen wir... ...und so ein Ladewagen. Jetzt machen wir Silageballen. Ja, komm schon, Baby. Naja, wenn wir hier schon mal sind, kommen wir auch komplett raus. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Muss man nur sehen, ob ich da reinkomme, wo ich rein will. Oh ja, ich sollte gehen mal. Oder auch nicht. Komm, ein bisschen weiter rum, wenn wir den Lenker achsen. Das wird so gar nichts, weil das Ding steht dermaßen im Weg. Das heißt, wir müssen dann da rupwärts rein, oder wie? Toll, ich freue mich. Ich stehe jetzt im Weg. Das ist doch ein Ausch. Ich glaube, mein Hof ist zu hängen. Das darf ja wohl nicht angehen hier. Die Kerne kommt weg. Schon festgekommen. Schon mal gesagt, dass ich sowas fasse? Die Kerne kommt weg. Ähm, da muss ich jetzt komplett rückwärts rein, ne? Ich glaube, anders wird das nichts mit dem Ding. Kann ich nicht wenden. Da komme ich so oder so nicht dran, das geht nicht. Ich stehe jetzt so bescheuert. Jetzt komme ich da rein. Vor allen Dingen komme ich da wieder raus. Oh ja, das hat ja funktioniert. So. Ich versuche, mich hier wieder durchzukommen. Ah, guck mal. Auch eine Mod. Schlupf zerstört Felder. Das muss ich hier irgendwie raus. Wegschieben. So. 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 Ich darf nicht vergessen, das Ohr wieder zuzumachen. Was für eine Geburt. Dann gucken wir mal, ob das was wird. Die werden nicht gewickelt, das ist ein Problem. Das müssen wir anders machen. Wir brauchen natürlich Silagebein und nicht. So, da dürfen sie noch nicht verschwenden. Ah, super, wunderbar. Aber, da habe ich das Problem, dass hier unter dem Strohhäu eine Schraubziehung. Wechselboot. Ich hoffe, es gibt Geistung. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt für ein Unfug? Wenn man hier auf der Wiese los, jetzt stecken sie in der Ballenpresse oder was? Unglaublich. Das ist ein Wiese. Ich habe die Wiese. Ich habe die Wiese. Ich habe die Wiese. Ich habe die Wiese. Und ich bin der Wiese. Rundbein Hexelhof. Start. Irgendwie schmeißt er das Falsche raus. Da ist einer. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen mogeln. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen probieren. Stroh, Stroh, Hexelhof. Einer ist definitiv noch drin. Das muss man später gucken. Okay, kann man jetzt erst mal nicht ändern. Okay. Das ist der andere. Aber die dran kommen. Gut, wir gehen mal zum Dingsholer. Das ist bestimmt was zu tun. So, den letzten Rest. Das ist der Weinfeld schon fertig. Was machen wir denn das? Halb drei schon wieder. Nichts geschafft heute. Ja. 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 Ich komme hier und mit meinem Packer phone. Uh, der hat dieses Stück mitgemacht, das ist ja ein neues. Ich habe gedacht, ich müsste das jetzt alles noch machen. Ich überlege mir gerade, wie ich diesen Hex-Uberpallen wieder aufkriege. Ja. So, aber das ist fast fertig hier. Sehr schön. So, was ist hier mit? Das ist fertig. Das muss auch nicht geprüft werden. Gut. Das ist auch fertig. Wie kommen hier Sonnendomben drauf? Was ist hier mit? Da müssen wir fliegen. Gut. 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 Bis zum nächsten Mal.